Leute, Fremdsprachen lernen ist gar nicht so schwer wie ihr glaubt, denn unheimlich viele deutsche Wörter haben es in andere Sprachen geschafft. Also die muss man dann schon mal nicht mehr lernen. Praktisch, oder? Ich war mal in Berlin auf der Straße unterwegs und habe einige Muttersprachler anderer Länder befragt, wie bestimmte Wörter in ihrer Sprache heißen. Das war wirklich flashig. Warum? Hört mal ganz genau hin. Unglaublich, oder? Da denkt man doch, man hört nicht richtig. Und das waren nur einige Beispiele für deutsche Wörter, die es in andere Sprachen geschafft haben. In Indonesien bleibt ihr auch ohne Sprachkenntnisse nicht lange nass, denn ihr dort das Wort Handtuk ruft, wird euch umgehend geholfen. In Ungarn bezeichnet man einen Haustürvertreter, also einen Verkäufer, der von Tür zu Tür geht als wie geht's. Denn im Kaiserreich, als in Ungarn Deutsch die offizielle Sprache war, gingen die Vertreter von Tür zu Tür und begannen ihr Verkaufsgespräch immer mit wie geht's. Wenn man in Norwegen freizügig zu einem Vorspiel eingeladen wird, gibt es keinen Grund vor Scham zu erröten. Gemeint ist damit nämlich das Gläschen Alkohol vor einer Feier, also das sogenannte Vorglühen. Prost! Apropos Prost. Im Finnischen ruft man sich als Trinkspruch Kippes zu, was aus der deutschen Aufforderung Kippes entstanden ist. Na dann, hau weg! Aber nicht nur in anderen Ländern, auch bei uns verwendet man Wörter, die ursprünglich aus einer anderen Sprache kommen. Wie zum Beispiel Dessert, Havarie oder Fenster. Das kommt ursprünglich aus dem Latein. Interessant ist, die Ursprungsbedeutung bleibt nicht immer dieselbe. So bezeichnet der englische Begriff Fußball nicht mehr den Sport auf dem Rasen, sondern meint das Kickern beim Tischfußballspiel. Kennt ihr noch deutsche Wörter, die es in andere Sprachen geschafft haben? Oder habt ihr eine Sprachfrage, zu der ihr auf diesem Kanal gerne ein Video sehen wollt? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Vielleicht ist eure Frage dann beim nächsten Mal Thema. Tja, na ja, das war's auch schon. Also dann, bis bald!